Alter! Alles cool! Alles cool! Das sah richtig geil aus, du warst die ganze Zeit im Bild! Alter! Fuck man! Meine Ferse! Alles cool! Sag mal was lustiges! Ist das schon an? Ja! Ist der Scheiß an? Ja! Jetzt kommt... Assassin's Creed 3 Wow! Si la iglesia no quiere cazar A los days en el andar Don't worry! Be happy! La 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 Ja, 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 ja. 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 Das ist immer an der selben Stelle. Und diese Hand hier, diese Hand hier muss den ganzen... Ich halte mal meine Hand davor, damit man auch das Produkt sieht. Bei diesem Haul hier. Da, da ist schon eine Blase. Und trotzdem muss ich es noch mal machen, weil es immer noch nicht perfekt war. Das ist von der Marke Garnier. Geht es immer noch für 5,59 Euro. Halt man die Hand hier davor? Hier. Hier, der Assassine ist verungezogen, der pullert dahin. Vor allem wie lange? Ich sehe nämlich voll nichts. Ich würde es voll schaffen, wenn ich was sehen würde. Aber da dieses Ding hier etwas zu groß geraten ist... Das müsste so ungefähr sein. Das ist eine Tarnung. So muss es sein. Dann wäre es richtig gut. So, aber es hängt mir nun mal so ins Gesicht hinein. Am besten so sogar. Das ist übrigens das angenehmste hier unten. Was? Ja, das geht immer auf. Sicherheitsladeln, die schränkt mir dann immer ins Bein. Genau. Und wieso wird das jetzt hier nicht heller? So, hier. So. Jetzt mach doch mal mit... Conoraketeton. Soll ich machen, ja? Die Frauen sind so. Die stellen sich dazwischen und... Ja, du stellst dich doch zwischen die Frauen. Jetzt lass mich doch mal die Frauen filmen. Wo sind die jetzt? Wo sind die jetzt? Hier, so. Das da Frauen mit Gucci und Prada rumlaufen. Guck doch mal. Hier, Gucci und Prada.